So konnte ich meine WLAN-Probleme lösen und zwar mit diesem Gadget. Und zwar war bei mir das Problem, wie wahrscheinlich bei vielen von euch, die WLAN-Box ist einfach zu weit weg vom PC und von da ein LAN-Kabel bis zum PC zu legen war unmöglich. Und dort kommt Fritzbox Powerline ins Spiel. Das ist sozusagen wie ein eigener Router fast. Und zwar schließt ihr das Ding unten an der WLAN-Box an und die andere Hälfte kommt zum Beispiel in der Nähe von dem PC. Oder verbindet ihr einfach das Powerline-Ding mit dem PC per LAN-Kabel. Falls ihr keinen Adapter an eurem Mainboard habt, dann holt euch so ein Ding hier. Und dann solltet ihr ihr perfektes WLAN haben. Ich hoffe, das hat ein paar geholfen. Falls ja, lasst euch einen Follow-up.